Was? Du heulen doch nicht jede Runde rum, du Ekliger! Nur am rumheulen, Alter! Wir machen das zufällige 1 gegen 1 gegen MBK. Jede Runde passiert irgendwas Merkwürdiges. Wir wissen nicht was. Und wer am Ende mehr Runden gewinnt, bekommt 500 Euro. Es war einfach zu verrückt. Creator God Study! Was geht ab, Leute? Wir sind hier heute mit MBK unterwegs. Und wir machen heute ein Random Games, Mini Games 1 gegen 1 Duell. Und zwar, MBK, bist du da? Ja, ich bin da, ich bin da. Bro, guck mal hier, wie viele Minigames es hier gibt. Es gibt richtig viele Minigames. Und wir werden quasi 1 gegen 1 Duelle machen mit verschiedenen Random Minigames. Wir müssen jetzt einfach hier in die Mitte reingehen. Und ich würde sagen, MBK, wer zuerst... Also wir gucken mal, wie viele Minigames wir machen. Aber wer gewinnt 500 Euro? Machen wir. Ja, 500 Euro. Okay, guck mal, Leute. Wir gehen jetzt rein hier. Zack. Jetzt mach dich bereit. Es geht direkt los, ne? Ja. Müssig Loot. Oh mein Gott, okay. Es geht direkt los, es geht direkt los. Ich hab mich verbaut. Ja, es ist sehr gut, es ist sehr gut. Das Ding ist, du bist echt gut, ne? Also da kann man echt nichts sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Ich hab halt... Ich hab halt diese krasse Waffe hier. Was hast du für Waffen? Ich hab nur Shotguns. Ah! Nein! Hä, du... Was laberst du, du Shotguns, Junge? Du Lügner, Alter. Alter, dass ich... Meinst du echt? Ja, Bro, halt gelogen, Leute. Ja! Nice, Siga! Erster Win für MB! Erster Win, Leute. Da oben sind die Zahl. Nächstes Minigame geht auch direkt los. Junk! Oh mein Gott, Bro. Oh nein! Oh nein! Das wird eklig, das wird eklig. So. Nein! 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 Warte mal! Ich bin rausgeschüttet. Okay, 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 okay. Ja! Ja! Einfach scharkes Spiel, Alter. Ja, Bro, ich dachte direkt, ey, ich geh lieber nach unten, werf die und du checkst... Öh, öh, öh. Bro. Äh! Oh mein Gott, wow! Das erwartet! Wusste ich auch nicht. Nein! Okay, GG. Ey, wie cool ist die Mep? Super... Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro. Okay. Ähm, ich falle die ganze Zeit runter. Wo bin ich? Bro, nein, 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 ich bin... Nein! Okay, das war's, das war's. Ich hab mir runtergefallen. Das war's, Bro. Nein, nein. Nein! Du hattest 4 HP, Bro! Ja, ja, ja. Ey, das ist ja einfach mit 4 HP überlegt. Okay, 2-2 steht. Kass. Oh, Rising Lava, okay, 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 okay. Okay. Oh Gott, die Lava kommt, Bro. Meine Hände tun weh. Meine Hände tun weh vom Bauen. Älter Schwede, Mann! Deine Hände tun weh, Bro. Deine Hände tun weh. Alles gut, alles gut. Junge, du hast so kassiert gerade. Drei, zwei... Oh Gott. Oh, G, Dude. Ich hab keinen Shotgun. Was laberst du wieder, Junge? Nee. Okay, okay. Was? Bro, ich hab Raketenwerfer. Hast du keinen, oder was? Nee. Steini, du wirst nicht träumen. Was hast du für ein Loot? Nein, ich bekomme kein Loot. Ah! Wo bist du? Hä? Nein. Oh yeah! Nein! Oh mein Gott, okay, GG. Oh Gott, oh Gott. Ey! Jetzt aber! Bro, was find ich da was? In einer Box. Nee. Ja! Ich hab keinen Shotgun. Ich hab keinen Shotgun. Oh mein... Gott. Also, was... Was hab ich mit dir gemacht gerade? Was? Ey, Bro, was ist das? Ey. Oh mein Gott, was hab ich mit dir gerade gemacht? Wie? Ja. Oh Gott, first person, Bro. First person. Hä? Du bist... Bro, ich... Oh Gott, ich seh nichts. Ich seh nichts, Leute. Ey. Wird du? Boah! Bro! Das war sehr, sehr, sehr weird. Das hast du gewonnen. Ja, das war wirklich weird, Bro. Alter! Boogie Battle? Ekliger! Ekliger! Nein. Ich wusste es. Hä? Ja, ja, ja. Was hast du alles? Nein. Ich tanz. Das gibt es nicht. Nein. Ja, ich bin da oben. Nein. 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 Oh mein Gott. Das war knapp. Ich wusste, ich muss jetzt auf Risiko gehen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Weil du die Boogie Wolf hast. Okay. Oh. Wer? Nein, nein. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Okay, okay. Er ist hochbauen. Er ist hochbauen. Okay, okay, okay. Er ist hochbauen. Okay. Oh mein Gott. Bro! Bro! Warte, warte, warte. Du mit Holzbauen, mit Holzbauen. Sorry, Jungs. Ja. Ah, sorry, wir haben Metall, jetzt Holz. Oh mein Gott. Hä, wo? Hier, neben dir. Wow. Hä? Bro, du bist hoch. Ganz langsam. Ich habe dir immer einen dicken Headshot gegeben, Junge. Aber die Goldene macht doch gar keine 200er mehr. Wie hast du mir 200 Damage gegeben? Keine Ahnung, Bro. Also, vielleicht macht du 200 Damage. Eigentlich nicht. Okay, Superspeed wieder. Ich kann, warte, ich kann meine Waffen nicht auswählen. Warum? Ah, jetzt, 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 ist gut. Ja. Oh Gott, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich bin runtergefallen, ich komme hoch. Warte mal, eigentlich wirst du uns einen Grappler geben, falls jemand runterfällt, ne? Nee, nee, Pech, wenn er runterfällt, Bro. Ganz einfach. Okay. Okay, finde ich gut. Ich lock mich mal ein hier. Wo bist du denn, hä? Wo bist du denn? Ja, kurz ein bisschen abbauen hier alles, ne? Muss man ja auch mal hier. Hä? Okay, ich bin aufgeschmissen, keine Ahnung. Wieder runtergefallen. Ja, du musst hochkommen, Bro. Was lachst du? Du musst hochkommen. Nein, nein, nein. Nein. Hä, wo bist du? Hä? Oh Gott. Bro, da kann ich bauen, da kann ich bauen. Wo bin ich? Ja, ich bin auch wieder. Hä? Ich bin jetzt Kills verdient. Alter. Wo ist er, wo ist er? Du bist so eklig. Ich kenne jetzt auch alles. Ist doch irgendwo unten, oder nicht? Wo bist du? Bro, ich renne die ganze Zeit rum. Du campst irgendwo. Oh mein Gott, Bro. Nein, ich bin so schlecht. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, ja, Bro. Du bist so ein Camper, dass du dich schämst. Nein, du bist der Camper im High-Ground. Bro, dass du dich dich schämst, Junge. Du bist ein High-Ground-Camper. Junge. Oh mein Gott, was wäre der nächste da, Bro? Bro, du jagst dich selber. Zu dumm? Ja, was ich wieder hab. Keine Ahnung. Junge, du hast... Die Map ist so random. Bro, die wechselt den Loot. Ist das krank. Oh Gott. Ah! Ah! Was? Du hast dich selber geguckt. Was war was? Ich hab keine Ahnung, was das war. 6, 5 MBK. Das war nett. Ich dachte mir gerade, was... Ich hatte... Hä? Hä? Im Pools-Arena? Oh Gott, nein, 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 nein. Oder wie? Hä? Ja! Ich hab dich runterimpulsed, Bro. Ja, okay, skill, skill. Ja, das war skill, ich sag, du bist da direkt reingerannt. Nein, hä? Nein. Nein. Oh mein. Hat Lotti gerade gebellt? Ja, ja, dogfight Lotti hat gebellt. Die weiß direkt, was los ist. Oh Gott, ich bin... Ey. Ich hör auf alles, ich bin der schlechteste Pilot ever. Ich auch. Ich bin down, ich bin down, ich bin... Ich bin... Was machst du? Wie fliege ich? Wie fliege ich? Oh mein Gott, wichtig. Schlechtester Pilot ever. Wichtig, Leute, wichtig, wichtig. Ja, Bro, also wir können direkt... Ich weiß nicht, wann man das Ding fliegt. Also ich... Keine Ahnung. Ja. Nein! Wie? Was machst du da? Was machst du da? Okay, Slow-Mo. Ey, nicht schießen, nicht schießen. Hallo, hallo, hallo. Er ist hochbound. Er ist drei hochbound. Drei hochbound? Okay. Ja, hier einmal links auf jeden Fall. Ein 90. Zweimal 90. Ja, jetzt fein, jetzt fein, jetzt fein. Ey, ich komme mir gerade vor wie der Größte... Nein! Guck mal, nein! Hä? Äh, nein! Hä? Ah, Schuss! Ah! Ja! Spaß! Boah, was war das denn? Ey! Digga! Nein. Hä? Okay, man kann nicht bauen. Man kann nicht bauen. Nein, das war's, das war's, das war's, das gewonnen. Nein. Oh mein Gott, schau! Ja, GG, okay. 8, 7, Leute. Aber, ey... Ey, ey! Die... Mann! Stark! Stark, stark, bro, echt geile Runde hast du gerade gewonnen. Ey. Stark! Manche Minigames sind so, es geht direkt... Hä? Ah, ah, ich check's, ich check's, ich check's. Da, wo bist du, bro? Wo bist du? Bro, also, Real Talk, wenn sich da hochbaut, dann meinen sie jetzt auch nicht, ne? Also... Bro, komm raus! Das Ding ist, Steini, soll ich dir mal zeigen, was... Soll ich dir mal zeigen, was das Krasse ist? Was denn? Dass ich auch ein Hacker bin. Hä? Ey, du bist unten. Ja, natürlich. Bro, wo bist du? Wo ist er? Nein! Man hat die Karte gesehen, hast du gesehen? Nein, nein, nein! Ja, let's go! Komm rein, Will, komm rein. Okay. Explosive? Oh nein. Okay, brauchen wir dich hoch? Oh mein Gott. Bin ich sicher. Okay. Bro, das ist... Das ist zu heftig. Oh Gott, ich habe eine gute Waffe. Eine gute Explosive-Waffe. Dein Ernst? Ja, muss ich, Bro. Geht nicht anders. Sorry. Wir können... Hast du ein Ex-Kalibur? Wir können auch ausmachen, dass du nur mit der Ex-Kalibur spielen. Ja, okay. Also Ex-Kalibur spielen. Okay, okay, okay. Nein, ich habe einen. Ja, easy. Nein, ich bin da unten. Easy, easy, easy. Easy route, Bro. Warte, habe ich dich auch genug gehabt? Nee, du hast mich noch angehittet, aber Bro, guck mal, das Ding ist, Ex-Kalibur ist für mich, äh, Dings, ist für mich die beste Waffe, Bro. Ey, ich feiere dich auch. Also, ich feiere dich auch nochmal. Hä, wo bist du? Ja, jetzt küsst du das Ding aber selber runter. Ey, ich habe gar keine Boogie. Nein. Bye, bye. Mann, ich habe anfangs nur die... Ach, ich komme. Bro, bitte, du. Also, nein, 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 ja. No, nochmal Boogie Battle. Oh, mein Gott. Ich habe auch keine Boogie Bomben. Nein, 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 ich habe keine Boogie Bomben. Aber ich glaube, man kriegt noch welche dann. Ich weiß... Ja, ja, das sagte ich eben gerade auch, aber ich habe die nicht bekommen. Ja, ist egal, ich brauche aber keine Boogie Bomben auch. Krieg dich. Doch, ich habe... Hä? Hä? Ja, Bro, kennst du das nicht? Das sind diese Dinger. Nein. Hä? Nein, das war... Nein, 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 nein. Junge, was warst du? Hä? Wie verbaggt. Was war da verbaggt, Junge? Was war da verbaggt? Da war gar nichts verbaggt. Ich habe die Musikbox in die Hand genommen und dann hat er Granaten geschnitten. Ja, heul doch nicht rum, Junge. Du bist so eine Heulsuse, Junge. Okay, hochbau. One-Shot ist One-Shot. Oh, mein Gott. Alter. Du hast Jagdgewehr? Nein, das ist diese andere komische. Die ist whole weird. Junge. Was ich hab? Oh, das ist dir. Was hast du? Hä? Junge, du hattest Jagdgewehr, ne? Hatte ich nicht. Nein. Hä? Was war das für die Waffe? Die hat sich schon angeht. Was war diese... Diese... Äh... Wilder Westen. Oh, mein Gott. Ja, Bruder, also... Wie soll man... Waaat? Junge, heul doch nicht jede Runde rum, du Ekliger. Nur am rumheulen, Alter. Junge. Jetzt macht er... Äh, äh, der Barbeck, äh. Du wirst verlieren, Junge. Du bist einfach verlieren. Ich war jetzt ernst, Junge. Jetzt wirst du sehen, was passiert mit dir, Bro. Ja, ja, ja. Wollen wir ernst, mal ernst. Ernst, hier. Wollen wir 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 ernst, hier. Du wirst sehen, Bro. Ich sehe dich nicht. Obwohl du unsichtbar bist. Aber du... Ich hab dich grad gesehen. Hä? Ja, nein. Ich hab deine Karte nicht, Mann. Ich hab Warleg, Junge. Du hast meine Karte. Bitte rede nicht, Bro. Bitte rede nicht. Nein, ey, man sieht's halt wie ne Aufnahme. Ich schwör's dir, ich hab... Junge, ich hab deine auch nicht gesehen. Ich hab die Spiegelung gesehen. Achso. Guck mal bitte, nein. Ja, mach auf. Ich hab was für eine Waffe. Junge, was? Junge, du bist... Also wirklich, ich kann dein Geheulen nicht mehr hören. Du bist schlimmer wie Saville. Ich schwör auf alles, Alter. Du bist wirklich doppelt so schlimm wie Saville, Alter. Äh. Nein. Aber... Von wo? Ey, ich hatte... Ich hatte... Ich hatte drei OG-Pistole. Das hab ich geweint. Nein, ich hatte... Hä? Haltet sich? Hütte, Hida would pick it. Jetzt muss ich mich suchen. Und in der Zeit... Du musst jetzt... In der Zeit... Und wenn ich... Ich fahre... Oh Gott. Wenn ich den nicht finde, dann... Ja, ja, dann gewinn ich. Dann gewinn ich. Ey, ja. Also nein, also ganz kurz damit. Deine Leute, ihr habt doch wissen... Ich hab nur geheult, weil ich gerade... ...einfach... Wo hängt man das? Bro. Ah, du hast keinen... Du hast gar nicht sprinten. Ja, okay. Ja, okay. Hö. Ja, okay. Wo bist du? Ja, ich hab nie gesehen. Nein. Nein, ey. Ja, das war uns dieser Lesung hat geklärt. Wenn ich ehrlich bin. Okay, Bro. Ich würde sagen, wie machen wir zuerst 20 hat, hat gewonnen, oder? Ja. Find ich gut. Ähm. Bro, fliegt doch am besten direkt wieder runter. Oh mein Gott. Oh nein, das zählt aber ein bisschen. Komm, komm. Nee. Ich sehe dich nicht. Aber wenn du einen... Ey, Bro, wir fliegen gerade an einem Kreis. Das weißt du, glaube ich, auch, ne? Ja. Ganz starker Damage. Ganz, ganz starker Damage. Oh mein Gott. Nein. Bitte, bitte. Nein. Nein. Ich bin in Lava. 500 Damage. Nein. Ich bin auch in Lava. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Bro. Bist du auch? Ich bin auch in Lava. Nee, hä? Bro, los, los. Mensch. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade den Punkt bekommen hat. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab 13 jetzt. Oh, das ist. Bro. Ja, da muss man auch mal. Den ernst spielen, den Hasen aktiv. Aktiv. Nein. Nein. Das ist so schlau gespielt. Ich mach jetzt ernst, Bro. Ich mach jetzt ernst. Ich mach jetzt ernst. Ich mach jetzt ernst. Ich hab gerade treu gemacht, Bro. Aber jetzt mach ich ernst. Hide and seek. Nein. Okay, ich bin nicht ne Sucher. Ja, okay. Okay. Das find ich gut. Bro. Hit the high, da bist du Pickaxe. Und ich hab wahrscheinlich nur eine Minute Zeit oder so, dich zu finden. Ich weiß es nicht. Aber. Ich weiß es nicht. Aber. Ja, ja. Safe, safe, safe. Keine Ahnung. Hier gibt's kaum Verstecke. Das ist so crazy. So, wo bist du denn, MbK? Ach, Bruder. Alles gut. Wo bist du denn, MbK? Oh mein Gott. Bitte? Wo bist du denn, MbK? Nicht da. Nein, nein, nein. Ich bin da nicht. Wo bist du? Geh weg. Ich weiß gar nicht, wie lange du Zeit, also wie lange du Zeit wirklich hast. Ja, aber. Ich bin hier gut gerade, wie als wenn ich im Spektate-Modus wäre. Ja, 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 ja. Raschel, raschel. Bro, ich glaube, du veräppelst mich. Ähm, nö. Wie veräppeln? So. Ja, guck mal. Sogar Lottin sagt, dass du schlecht bist. Wo ist der, Leute? Hä? Wo bist du? Wo bist du wirklich gerade? Rede nicht, Junge. Ich sag dir, ob heiß oder kalt. Ah, ich hab ne Idee, Leute. Ist es wärmer? Das Ding ist, das ist so unfair mit diesem Maisfeld oder Weizenfeld oder was das auch ist, ne? Das Ding ist, wenn ich jetzt nicht hier, guck mal, ich chill die ganze Zeit an einer Ecke. Und wenn ich nicht durch die Gegend gehe, dann siehst du die Dinger nicht wackeln und deswegen... Ja, bist du jetzt im Maisfeld oder nicht? Ich bin im Maisfeld irgendwo im Maisfeld versteckt. Ja, Bro. Aber ich, äh, ich setz mich hier hin und chill einfach nur. Dann kannst du mich eh nicht finden. Also bin ich ehrlich. Es tut mir leid. Aber wie lange geht die Runde denn auch? Bro, ich denke, er ist gar nicht im Maisfeld, Leute. Er wird mich veräppeln. Gibst du zu, dass ich gewonnen hab, dann sag ich, wo ich bin. Nö, 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 nö. Okay. Ich glaube, du bist nicht im Maisfeld, Bro. Siehst mich nur von irgendwo. Hm. Okay. Das sagst du, ja? Ja, weil es Maisfeld. Hm. Also, ich hab keine Ahnung, was für ein übertriebenes Minispiel das ist. Aber ich hätte eigentlich schon viermal gewonnen oder fünfmal gewonnen. Was redest du, Bro? Wie lange hast du deine Zeit? Zehnwannzig Minuten? Ja, weiß ich auch nicht. Wir werden doch sehen, wie lange ich Zeit hab. Ja. Okay. Sorry, macht keinen Sinn, das Minigame für mich. Also wirklich. Ja, ich check's auch nicht. Ja, komm her, das machen wir unentschieden. Nein, 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 ich hab gewonnen, du findest mich doch nicht. Ja, Bro, dann such ich halt einfach weiter, dann such ich weiter. Ja, dann mach das. Aber, keine Ahnung. Vielleicht hab ich, guck mal, ich denk mal, ich werd hier eh bestimmte Zeit nur Zeit haben. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Real talk, nein. Ja, komm runter, komm runter, ich fühl dich. Ja, aber hä, das ist echt komisch, dass man da eigentlich findet. Also, du hast jetzt, ich hab 50, ich muss immer noch 5 gewinnen. Ich hab 14. Okay. Ich muss. Top down? Nein. Wir müssen jetzt so fighten, Bro. Warte mal. Ich. Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. GGs. Ich hab keine Ahnung. Wie geht das? Äh, wie ging das? Bro, das war mit Auto-Aim sogar. Der hat automatisch eingeloggt, Bro. Bei mir nicht. Bei mir hat er sich gedreht. Rising. Du bist halt lost, Bro. Du checkst halt nichts. Ja, ich muss jetzt nur noch ernst spielen. Keine Ahnung. So, Abfahrt. Oh mein Gott. Junge, er freut sich. Er gibt mir One Pump und freut sich. Du brauchst 21. Ich brauch 19. Oh, das ist auch, das ist auch. So, Abfahrt. Gutes Willi-Spiel. Gutes Willi-Spiel. Ja, Junge, du hast grad rüber. Gutes Willi-Spiel. Ja, mit Auto-Aim. Weg mit dir, Bro. Nein, mit Kontroll an dem Mini-Gang. So, heul, Junge, heul. Ich werde dich jetzt so abziehen, Alter. Das ist noch heul. Junk Jackson. Easy, Bro. Zack, boom. Weg mit dir. Das ist Masku. Man baut sich drei hoch und dann. Ja, ist doch gewonnen. Freu dich doch. Ja, okay, sorry. Das war echt unfair. Ja. Time-Wap. Time-Wap? Äh. Äh. Okay. Oh, Bro. Also, whoop. Nein, der hat überlebt mit einer Fee. Okay, GG. Unentschieden gerade, unentschieden gerade. 17, 17. Double Pump. Oh, mein Gott. Okay, krass. Nur Shotgun? Double Pump. Was? Boom. Du kleine An- und 30er. Boom. So, wieder gut jetzt. Du brauchst noch zwei. Oh, Gottes Willen. Nein. Oh, nicht so ein Müll, Leute. Ja, das ist auch komplett. Ja, Bro, was bringt das jetzt, wenn du die ganze Zeit hochbaust? Äh. Ja. Ich hab eine. Äh. Wo ist er? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ja. Warte, 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 ganz gut. Ich brauch noch. 18, 18 steht. 18, 18. Nein, nein, 18, 18. Nein, 18, 18. Nein, ich hab doch mein Win gar nicht bekommen. Ach so, ja, stimmt. Du hast einen mehr. Ich brauch einen, du brauchst zwei. Nein, ich hab doch meinen abgezogen, Mann. Bro. Du brächtest das falsch. Ich hab einen Win. Ich hätte einen Win bekommen. Jetzt hab ich 19. Na, ach so. Okay, 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 okay. Oder nicht? Ja, ja, das ist recht. Ich wollte gerade sagen. Also du bist jetzt vorne, du bist vorne. Ein, also ich brauche, das ist jetzt ein Matchpoint für mich gerade, ne? Ja, ja, Matchpoint für dich. Weiß ich, wo du bist? Ey, Ritter, was ist, wo du bist? Hier müssen wir hin, nochmal. Ja, ja, das passiert. Oh, mein Gott. Bro, du hattest so eine Lack-Rund geworden. Ja, komm. Was, komm. Doppel oder nix. Ja, okay, doppel oder nix, Leute. Doppel oder nix, komm. Hey, warte mal, ich bin in einem... Wo bist du? Ich bin in einen Cheater-Raum reingefallen. Wie, TF? Ich kann jetzt Minispiel aussuchen. Ja, der will Minispiel aus, komm. Will du aus? Warte, ich will, ich nehm eins. Und wenn ich das gewinne, dann doppel oder nix. Okay, ich weiß ganz genau, was wir machen. Ich weiß ganz genau, was wir machen. Ja, komm, mach. So, disable all und wir gehen in Slowmotion rein, Stani. Oh, Bro. Slowmotion ist stark. Okay, komm. Komm. Bro, du hast auch so komische Games gewonnen. Und du bist nur am rumheulen, Bro. Das nervt mich am meisten. Ja, ja, ja. Heu leise, heu leise, Verlierer. Guck mal, wie gnädig ich bin, Stani. Bro, hä? Das war ich auch immer. Was laberst du, Bro? Wie gnädig ich bin? Oh, was er labert, Leute? Ich weiß nicht, was schlau ist. Bro. Bro, ich durfte die Waffe nicht wechseln, Alter. Oh mein Gott. Ich check nicht, warum du jedes Mal, warum du jedes Mal auf die AR-Max sitzt. Du schießt langsam, als du Schockst an. Gewohnheit, okay, Leute. GG, MVK hat gewonnen. Aber, Bro, du hast so eine Lucky Games einfach hintereinander gewonnen. Pickaxe, du Elfhammer, obwohl ich zuerst gepickaxe habe. Viele hatten gar nichts, was mir zu tun. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Tschö, bitte. Tschö, bitte.